Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder und uns ist gestorben, hat es geschafft. 3 zu 0 am Ende gegen den Wolfsberger AC vor heimischem Publikum gewonnen. Also die ersten zwei Partien gewonnen unter Roman Melig. 4 zu 0 Tore, das liest sich gar nicht mal so schlecht. Zum Spiel selber finde ich persönlich, hat man das von Anfang bis Ende souverän kontrolliert in der Offensive, ohne jetzt wirklich, sagen wir mal, 500, 600 prozentige Chancen herauszuspielen. Am Ende das Ergebnis ein bisschen deutlicher als das Spiel, wobei ich aber sagen muss, unsere Blackies hatten ja den Wolfsberger, die Wolfsberger eigentlich über 90 Minuten sehr, sehr gut im Griff. Gerade in der Offensive hat man sehr wenig zugelassen, in der Offensive war das Ganze ausbaufähig, aber man hat auf jeden Fall den WRC gut weg vom Tor gehalten und hat eben mit kontrollierter Offensive das Spiel eigentlich über 90 Minuten bestimmt. Im ersten Durchgang eigentlich gar nicht so extrem viel passiert. Ich fand die Partie relativ ausgeglichen, schon mit Vorteilen für unsere Blackies, aber im Abschluss, ja, da hat meistens, wie schon so oft in der Saison, so der letzte Pass einfach gefehlt oder der letzte Abschluss, wo dann irgendein Wolfsberger dazwischen ist oder wo halt ja der finale Pass nicht entscheidend platziert genug dann ist. Und ja, deswegen ist das Ganze schon so ein bisschen hin und her gegangen eben, das 1 zu 0. Das 1 zu 0 für unsere Blackies dann aber eben in der letzten Minuten, der ersten Halbzeit, der Torschütze EMEKA VIDE ESE. Unsere Blackies mit einem Freistoß in den 16er, der erste Schuss, wird noch abgeblockt, ich glaube von einem Wolfsberger, der Nachschuss von ESE, der findet dann aber den Weg ins Netz und da hast du diesen Zeitpunkt auf jeden Fall verdient. Sturm geht also mit 1 zu 0 in die Kabine. Ich muss auch sagen, nach diesem 1 zu 0 war ich mal sehr, sehr tief entspannt ausnahmsweise, denn es ist ja nicht alltäglich, dass man in Graz mit einer Halbzeitführung in die Pause geht und Gott sei Dank haben das unsere Blackies im zweiten Durchgang weiterhin sehr gut gemacht. Die ersten fünf Minuten, okay, die gingen eher an den WRC, da haben die Wolfsberger nochmal versucht, so ein bisschen zu kommen. Sturm hat das aber relativ gut verteidigt und danach eigentlich wieder den alten Rhythmus der ersten Halbzeit aufgenommen, nach vorne kontrolliert, gespielt, ohne zu viel Risiko zu gehen, dass man den Wolfsberger in irgendwelche Räume gelassen hat und so ging das weiterhin eigentlich auch so dahin, bis es so nach einer knappen Stunde etwas hitziger und interessanter wurde. Denn da gab es für die Wolfsberger eine rote Karte für Michael Solbauer, der hier vor ein paar Jahren, glaube ich, auch bei Sturm mal im Gespräch war, auf jeden Fall. Ja, stoppt der Essay als letzter Mann. Ich glaube, die Situation relativ eindeutig. Man kann die rote, glaube ich, geben, auch wenn es natürlich unglücklich für die Wolfsberger war. Und ja, danach eben Sturm mit einem Mann Überzahl in der letzten knappen halben Stunde. Der darauffolgende Freistoß nach diesem Foul von Lovic ist dann eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt schon das gefährlichste, was unsere Schwarz-Weißen nach vorne zusammenbringen. Etwas später ist es dann erneut Lovic, der schön von Kitajsvili bedient wird und der relativ frei von Kofler den Ball aber dann leider zu umplatziert schießt. Und ja, der Schlussmann, der Wolfsberger, kann den eben souverän halten. Dann wieder etwas später, ja, immer noch immer wieder Sturm. Also man merkt schon, gerade in der Schlussphase, dass die Jungs nochmal zulegen, obwohl es wirklich bis zur 80. Minute, sage ich mal, nicht langweilig, aber souverän einfach aus schwarz-weißer Sicht war. Danach ging dann nochmal die Post ab in Minute 85. Der eingewechselte John Lehmer wird herrlich bedient. Ich glaube, von Lovic kam der entscheidende Pass. Auf jeden Fall schon Michael Lehmer alleine für Kofler. Und der macht das wirklich abgeklärt, wie er schon das ein oder andere Mal in der Regionalliga bewiesen hat. Hatte einen sehr, sehr guten Abschluss und zeigt es eben auch hier Minute 85 mit dem 2 zu 0. Das erste Tor eben des jungen Blackies beim SK Sturm Graz. Und dann eben in Minute 90, oder fast in Minute 90, noch der dritte Treffer, Kitajschwili ist es, der eine übrigens sehr auffällige Partie macht, der dann auch schön bedient wird. Setzt sich dann noch schön durch gegen seinen nicht vorhandenen Gegenspieler, aber macht auf jeden Fall die paar Meter. Das hat schon technisch sehr, sehr fein ausgesehen. Und Daniel schüttert den Ball nochmal ins lange Eck und lässt auch der Kofler keine Chance mehr. Man muss natürlich sagen, mit einem Mann weniger hatten die Wolfsberger auch Auflösungserscheinungen. Aber am Ende, ja, war es dann eben der dritte Treffer. Sorry, mein Freund Jan, dem ist nämlich durch das 3-0 der Tippschein in den Allerwertesten gegangen. Aber was soll's, 3-0 für unsere Blackies. Und ja, ich würde sagen, untermählich der Start geglückt. Es kann so weitergehen. Offensiv eben ein bisschen mehr Kaltsteuzigkeit reinbringen. Vielleicht da im Winter natürlich in der Winterpause ein bisschen nachrüsten im Sturm. Und dann, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Und ich bin jetzt von Mutes, dass wir eben auch gegen Rapid so weitermachen und vielleicht dort auch ein positives Ergebnis holen. Von dem her war's das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.